Ich bin schwanger. Was? Soll das ein Witz sein? Ich hab drei Schwangerschaftstests gemacht und ich steck auf jeden bis zum Hals in der Scheiße. Wie konntest du dir überhaupt genug Pipi für drei Schwangerschaftstests rausdrücken? Ich hab dir gesagt, ich bin schwanger und du reagierst total unbeeindruckt. Ist das wahr? Ja. Fax-Gerät. Das ist keine Zaubertafel. Der senkrechte Strich lässt sich nicht einfach wegschütteln, Mäuschen. Ich denke, es ist am besten, du sagst es ihnen einfach. Ich bin schwanger. Wer ist der Vater? Holly Bleecker. Dass der das drauf hat. Ja, echt. Meine Herren, deine Shorts sind heute aber besonders golden. Meine Mom nimmt Kulorwaschmittel. Ist ja goldig. Sieh dir doch Adoptionsanzeigen an. Es gibt Anzeigen für Eltern? Ja, hi. Hi, ich bin Vanessa, du musst du nur sein. Hi, ich bin der Ehemann. Irgendwelche babyverrückten Psychopathen. Wow, das sieht ja voll gruselig aus. Entschuldige mal, ich hab ne heilige Füllung und alles, was du im Bauch hast, ist Fastfood. Und du wirst es auch sicher tun? Ja, aber ich glaube, es sieht im Moment noch aus wie eine mickige Kaulquappe. Wir sollten es noch etwas niedlicher werden lassen. Ja. Hervorragend. Behalt es noch im Ofen. Wenn das alles vorbei ist, können wir vielleicht auch wieder zusammenkommen. Wenn ich dann so fett bin, findest du mich dann immer noch sücht? Ich find dich wunderschön. Hast du vielleicht zufällig in meine Urne gekotzt? Ich kotze doch wohl nicht in deine Urne, Brenda. Hast du was geahnt, als sie uns gebeten hat, uns zu setzen? Ja, aber ich hatte gehofft, sie wäre von der Schule geflogen oder drogenabhängig. Du bist der coolste Mensch, der mir je begegnet ist. Und dafür musst du dich nicht mal anstrengen. Eigentlich strenge ich mich ganz schön an. Du liebst den Typen. Hey, weißt du, dass du vorzeitige Wehen kriegen kannst, wenn die beiden euch weiter so abschlägt? Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020